Moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal mit eurem Brock meine geliebte Community. Heute geht es um den Verstärkungs-Evoker. Das ist der neue Spec und die absolute Meta-Klasse schlechthin. Denn diese Klasse macht selber laut Details nämlich gar nicht so viel Damage-Entteilung, sondern sie bufft die Gruppenmitglieder so stark, dass es hier einfach mal ein Feuermagier im Brackenfell einfach mal auf overall über 500k DPS schafft. In diesem Guide, was wird euch erwarten? Wir werden uns natürlich einmal hier die Skillung für den Mythic-Plus-Content angucken und wie sollten wir skillen. Wir werden auf einzelne Skill-Punkte einmal eingehen. Wir werden dann einmal darauf eingehen, wie spielt man den aktuellen Verstärkungs-Evoker überhaupt, damit wir dafür sorgen, dass die Gruppe enorm viel Damage macht. Dann werden wir gucken, welche Items sollten wir uns natürlich persönlich craften, welche Werte brauchen wir. Und ja, dann zu guter Letzt einfach nur nochmal so eine Abschlussrede, um den kleinen Verstärkungs-Evoker zu feiern. Wenn ihr alles gucken wollt, bleibt dran. Ansonsten könnt ihr nach unten in der Videobeschreibung natürlich jederzeit die Timeline anklicken und zu dem gewünschten Abschnitt natürlich einfach hinspringen. Nun fahren wir direkt aber hier einmal mit der Skillung von unserem neuen Evoker an. Da haben wir einmal auf der linken Seite den klassischen Evoker-Baum und auf der rechten Seite haben wir den Evoker-Baum von unserem Verstärkungs-Evoker. Was nehmen wir hier für Sachen mit und warum nehmen wir diese mit? Da gehen wir einfach nur ganz kurz und knackig auf die wichtigsten Punkte hier einmal ein. Wir nehmen hier oben natürlich einmal den Erdrutsch, den skillen wir hier einfach mit. Damit können wir nochmal Gegner kurzzeitig, wenn sie alle zusammengepult sind, kurzzeitig bewegungsunfähig machen. Sehr praktisch und alternativ möchten wir hier auch einfach für unseren Damage ein paar Sachen mitnehmen. Aber hauptsächlich wollen wir hier gerade noch Support liefern, denn wir sind hier einfach ein Supporter und Erdrutsch ist hier eine sehr wichtige Supporter-Fähigkeit. Dann packen wir uns natürlich die Obsidian-Schuppen ein. Die möchten wir einfach mitnehmen. Die werden auf maximal zwei Aufladungen angepasst. Sorgt einfach dafür, wenn wir die zünden, haben wir hier nochmal eine gute eigene Defensive. Verringert unseren erlittenen Schaden um 30 Sekunden und hält jeweils nochmal 13,9 Sekunden lang an. Wir packen uns hier Entgiften mit rein, damit wir auch nochmal Gifteffekte von unseren Gruppenmitgliedern mit runternehmen. Wir packen uns hier Tiefgrün-Umarmung natürlich mit ein. So können wir immer auch nochmal wieder passiv mit, also was heißt passiv? Naja, wir heilen dann einfach damit nochmal mit unterstützen. Da wir ja ein Supporter sind, wollen wir hier hingegen auch nochmal die Heilung natürlich der Tiefgrün-Umarmung immer mal wieder nutzen. Sollte ein Gruppenmitglied droppen. Dann gehen wir hier runter, nehmen hier natürlich die kautanisierende Flamme mit. Damit können wir jede Minute nochmal zusätzlich Blutung, Gifteffekte und Krankheitseffekte von einem Gruppenmitglied mit runternehmen. Ihr merkt schon, wo das Ganze hingeht. Wir sind hier einfach enormer Supporter. Wir sorgen dafür, dass die ganze Gruppe enorm viel Damage macht. Wir können aber auch so ein kleines bisschen mit heilen. Und wir können natürlich den Heiler auch noch zusätzlich mit reinigen. Hier einfach entlasten. Dann gehen wir hier einmal rein. Hier nehmen wir unseren nächsten wichtigen Punkt mit. Das ist Zeitdruck. Damit können wir einfach nochmal dafür sorgen, dass wir hier entweder Damage machen oder im späteren Verlauf unsere wichtigste Fähigkeit, auf die wir gleich eingehen werden, hiermit nochmal ein bisschen verlängern können, um den Damage der Gruppenmitglieder zu erhöhen. Ganz wichtig, wir wollen auf jeden Fall die erneuerte Flamme mitnehmen. Eine Minute Abklingzeit ist ein extrem mächtiger defensiver Cooldown für uns selber. Wenn Damage reinkommt, sollten wir die auf jeden Fall zuerst drücken, wenn es sehr viel Damage ist. Bei etwas weniger Damage können wir hier mit der Obsidian-Schuppe sehr gut und stabil einfach gegenwirken. Dann nehmen wir hier unten Zyper mit. Ist ein 2 Minuten Cooldown. Und wenn wir das Ganze machen, werden unsere Gruppenmitglieder in die Luft geschleudert und bekommen von Flächenschaden 20% weniger Damage plus 30% Bewegungsgeschwindigkeit. Das Ganze hält hier 9,3 Sekunden lang an. Heißt, ihr merkt, okay, jetzt kommt ein riesen AOE-Pull. Und da kommt vielleicht durch irgendwelche Fähigkeiten AOE-Flächen-Damage rein. Dann diese Fähigkeit einfach nutzen. So leistet ihr wieder einfach als Supporter einfach einen sehr guten und stabilen Dienst auf alle Fälle. Ja, ansonsten packe ich euch wie gesagt unten in die Videobeschreibung natürlich das Ganze im Plusbild rein. Ihr könnt das Ganze dann hier einmal mit Importieren einfügen, Namen geben, Importieren drücken. Und habt das Ganze 1 zu 1 hier einfach drin. Ja, jetzt fängt das Ganze nämlich an. Was macht überhaupt diesen Verstärker-Evoker so mächtig und warum will jeder heutzutage einen dabei haben? Ja, die wichtigste Fähigkeit ist hier Schwarzmacht. Diese Fähigkeit hat eine Abklingzeit von 30 Sekunden und erhöht den Primärwert eurer nächsten 4 Verbündeten um 15% eures eigenen Primärwertes und ihr verursacht 14% mehr Schaden. Hält 11,6 Sekunden lang an, kann nur jeweils 4 Verbündete gleichzeitig betreffen und bevorzugt dabei Schadensklassen. Eruption, Atem der Ohnen und Ermächtigungszauber verlängern die Dauer dieses Effektes. Genau das ist der Punkt. Die Fähigkeit Schwarzmacht wollen wir dauerhaft so lange wie möglich immer wieder aktiv halten hier, um enormen Damage einfach dafür mit der Gruppe zu machen. Dann geht das Ganze weiter. Die Eruption, die werden wir dann auch später in der Rotation mit einbauen. Löst eine heftige Eruption aus unter der Füße des Gegners aus und verursacht 23.726 Vulkanschaden, der gleichmäßig zwischen ihm und Gegnern in der Nähe aufgeteilt wird. Erhöht die Effektdauer eures Effektes Schwarzmacht um eine Sekunde. Damit wollen wir natürlich wieder dafür sorgen, wenn wir die Fähigkeit Schwarzmacht aktiviert haben, dass wir dann mit der Eruption dafür wieder sorgen, dass wir die Schwarzmacht immer wieder neu erneuern um eine Sekunde, damit die so lange wie möglich hält. Und unsere Dds natürlich so lange wie möglich hier einfach mehr Damage machen können. Und wir wollen, wie es da ja auch schon steht, erhöht den Primärwert und 15% von unserem auch. Das heißt, wir selber wollen so viel Gier wie möglich haben, wollen auch den Primärsockel in die Halskette sockeln, einfach um diesen Wert hier einfach natürlich zu erhöhen. Heißt, den sollten wir auf jeden Fall reinmachen. Der nächste Punkt hier, der natürlich sehr wichtig ist, ist das Atem der Eonen. Den sollten wir auch nutzen, wenn wir den angewendet haben, den Atem, dann bekommen wir hier nämlich nochmal 5 Sekunden Schwarzmacht hinzu. Heißt, auch das werden wir alle 2 Minuten gerade in großem Puls, wo wir wirklich viel Damage brauchen oder bei Bossfights, wo vielleicht viel Damage benötigt wird, da sollten wir kontrolliert diesen Atem hier auf alle Fälle einmal einsetzen. Genau, dann geht das Ganze weiter. Dann haben wir hier das Emporstoßen, erhöht die Dauer nämlich des Effektes von Schwarzmacht nochmal um zusätzlich 2 Sekunden, hat hier 40 Sekunden Abklingzeit. Auch das wollen wir mit unserer Schwarzmacht, wenn die Aktive sie gut mit einbauen, insgesamt auch mit der Eruption, um das Ganze einfach natürlich enorm zu verlängern. Und dann haben wir hier den nächsten wichtigen Punkt, das ist die sengende Schub. Die halten wir immer aktiv und zwar auf unseren Tank, die schützt sie nochmal zusätzlich einfach, erhöht seine Rüstung und das Ganze den kann unter Umständen halt einfach mal locker 20, 30 Millionen Damage im ganzen Key machen. Heißt, das solltet ihr dauerhaft aktiv auf den Tank halten, um hier die bestmöglichste Performance rauszuholen. Dann haben wir hier die drakonische Einstimmung, da haben wir einfach so wie beim Parler so Auchen, da haben wir hier auch so eine Einstimmung, die wir situationsbedingt einfach immer wieder ändern können. Die erste ist die schwarze Einstimmung, eure maximale Gesundheit und die eurer vier nächsten Verbündeten. Das wird hier nochmal um 4% erhöht, ist natürlich sehr nice, 4% mehr Ausdauer oder Gesundheit in dem Fall, heißt einfach mehr Leben, wir können hier länger überleben. Brauchen wir das Ganze gerade nicht, dann sollten wir in die Bronzeneinstimmung, in den Key wechseln, eure Bewegungsgeschwindigkeit und die eurer nächsten vier Verbündeten ist hier um 10% erhöht. Es sorgt einfach dafür, dass wir natürlich in Keys, wo wir nicht aufmauten können, einfach nochmal 10% schneller laufen können. Im Endeffekt spart es wieder ein paar Sekunden und gerade am Ende hinten raus sind ja die letzten Sekunden immer manchmal sehr, sehr entscheidend, ob man den Key nun in Time abschließt oder natürlich auch nicht. Ja, dann haben wir hier den nächsten wichtigen Spell, das ist Voraussicht, das Ganze hat 12 Sekunden Abklingzeit, gewährt einem Verbündeten die Gabe der Voraussicht und erhöht seine kritische Trefferschanze 20,8 Sekunden lang um 3% und kopiert gelegentlich dessen Schaden- und Heilzauber mit einer Effektivität von 15%, wirkt auf den nächsten Verbündeten innerhalb von 26 Metern und bevorzugt Schadensklassen, falls keine Verbündeten anvisiert worden. Das auch wiederum sollten wir dauerhaft auf den 2 DDs, die wir in der Gruppe dann nämlich noch drin haben, immer im Wechsel aktiv halten. Ihr seht 20 Sekunden jetzt an, wir machen es auf den einen drauf, dann nach den 12 Sekunden auf den zweiten drauf und dann wieder immer im Wechsel, dass wir das dauerhaft aktiv halten und dass hier die sengende Schuppen dauerhaft einfach auf den Tank aktiv halten. Na, dann haben wir zu guter Letzt noch einen unserer wichtigsten Spells, das ist der Zeitsprung. Den sollten wir immer mit Bedacht einsetzen, den setzen wir da ein, wo wir enorm viel Damage gerade brauchen, damit wir da mit unseren Cooldown von Schwarzmacht einfach relativ schnell und von anderen Fähigkeiten relativ schnell resetten können. Denn wenn wir das aktivieren, schnellt die Zeit vorwärts, wodurch eure Abklingzeit 2 Sekunden lang 1000% schneller abklingen. Das heißt, das geht einmal ratzfatz in alle unsere CDs, die vorher auf Cooldown waren, sind einfach mit Cooldown nicht mehr belegt und wir können diese dann ganz gut einsetzen. So sieht das Ganze einfach im Bilde aus, das sind so die wichtigsten Sachen, wir haben auch gar nicht so wirklich viele Fähigkeiten in der Leiste, wie ihr hier jetzt gerade seht. Wir brauchen da auch nicht wirklich viel, das Ganze ist dann relativ simpel, wie es schon in der Rotation jetzt erklärt. So grob bei der Skillung, jetzt gehen wir mal so ein bisschen grob einfach mal auf die Spielweise ein, wie das Ganze gemacht wird. Wir haben jetzt einen riesigen Big Pool, sage ich mal, mit Bloodlust zum Beispiel oder auch ohne. Dann gehen wir einfach hin, wir machen unsere Schwarzmacht hier. Das ist der erste Punkt, den wir haben wollen. Die Schwarzmacht machen wir jetzt an. Dann können wir direkt hier den Zeitdruck aktivieren, die Gruppe ins Target nehmen, unser Emporstoßen hier reinmachen direkt. Dann können wir hier mit der Eruption einfach den Cooldown immer wieder verlängern. Wir können dann mit der 3 auch mal direkt über die Ziele quasi drüber fliegen. Da seht ihr oben, jetzt haben wir es immer noch an tief, dann wieder Eruption direkt hier reinmachen quasi. Und dann geht das Ganze, dass wir dann hier einmal, wie gesagt, die Schuppen, seht ihr jetzt bei mir, auf den Tank aktiv halten. Und einfach die Voraussicht seht ihr jetzt bei mir auch, dass wir die auf den beiden DDs immer aktiv halten. Ansonsten, wie gesagt, immer wichtig, sobald wir hier unten Schwarzmacht aktiv halten, haben, immer gleich wieder zünden, reingehen, Eruption reinmachen. Sofort, zack, zack, zack. Dann auch wieder hier Emporstoßen, direkt aufladen, bam, 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 Emporstoßen, wieder reinmachen. Und dann halt wieder, wie gesagt, sorgen, dass wir Voraussicht aktiv haben. Und wenn wir sehen, dass es auf dem Tank die Schuppen nicht mehr aktiv sind, die Schuppen anmachen. Brauchen wir mal einen Stun, dann können wir hier einfach, wie gesagt, mit unserem Stun hier machen. Dann sind die gestunnt für maximal 30 Sekunden. Damage kann diesen Effekt aber wieder aufheben. Ansonsten haben wir hier noch unsere Smaragd-Blüte. Die können wir natürlich auch einfach nutzen, um passiv einfach mitzuhallen. Unseren Flug, sagte ich ja gerade, wenn wir jetzt hier auf den Hexer gehen, dann kann ich den anfliegen. Heile den ebenfalls auch damit. Wieder passiv, das wollen wir machen. Ansonsten haben wir natürlich hier einfach unseren Feueratem. Den machen wir auch einfach nebenbei mit rein. Und ansonsten casten wir hier lebendige Flamme einfach durch. Machen wieder unsere Schwarzmacht wieder aktiv. Halten die Voraussicht wieder auf den DDs aktiv. Gehen hier wieder mit Emporstoßen einmal voll rein. Und gehen dann quasi mit Eruption wieder rein. Verlängern das Ganze. Brauchen wir, merken wir jetzt gerade, okay, es läuft da oben gleich aus. Dann können wir, wie gesagt, diese Zeitsprung anmachen. Ihr seht das. Dann können wir direkt wieder die Schwarzsicht hier anmachen sofort. Dann können wir hier direkt mit Zeitdruck reingehen. Haben dann direkt Emporstoßen ready auf Max. Gehen Emporstoßen rein. Gehen dann hier wieder mit der Eruption rein. Ganze Zeit. Gehen dann wieder mit unserem Flug einmal wieder rüber. Um die 5 Sekunden wieder rauszuholen. Und machen dann wieder unsere Sicht einfach wieder auf. Die Leute drauf. Und können nebenbei halt reinigen. Und gehen dann einfach wieder rein. Eruption rein. Damit wir den Coulon, wenn er dann wieder drauf ist, verlängern. Wir sehen, gleich läuft er wieder aus hier. Zack, Coulon, wieder ready. Schwarz macht wieder rein. Die Sicht wieder auf den 1DD drauf. Und dann gehen wir hier rein. Eruption. 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 Jetzt gehen wir hier rein in Emporstoßen. Zack, zack, zack. Bumm. Wieder rein. Wir hauen wieder rein. Wir machen wieder den Buff wieder drauf. Wir gehen wieder rein. Die Eruption. Wir verlängern das Ganze immer so lange wie möglich. Machen wieder unseren Flammenatem mit rein. Wir sehen, okay, ein DD, ein Tank, ein Highlight Drop ein bisschen. Wir schmeißen die Smaragd-Blüte mit rein. Wir fliegen den Mitspieler wieder an quasi. Wir gehen wieder hin. Wir stunnen wieder die Leute. Wir gehen wieder rein. Schwarzsicht wollen wir immer, wie gesagt, aktiv halten. Eruption wieder rein. Und unsere Buffs wieder auf den Leuten aktiv halten. Zack, wieder Eruption mit rein. Sofort wieder Emporstoßen mit rein. Und quasi dann einfach lebendige Flammen für Damage. Die Eruption wieder mit rein, sobald die Ready ist hier. Um einfach dafür zu sollen, dass unsere Schwarzsicht dauerhaft aktiv ist. So lange wie möglich. Wie ihr seht, wir machen gar nicht wirklich viel Damage. Das sollen wir auch gar nicht. Denn wir buffen die Gruppe. Und das ist immer wichtig. Dass wir halt, wie gesagt, ganz wichtig ist, dass wir hier unsere Voraussicht, wie ihr seht. Wir haben jetzt hier 21 Sekunden Laufzeit auf dem jeweiligen Damage, die da drauf. Das sollten wir auflaufen lassen. Jetzt sehen wir gleich, gleich ist wieder Ready. So, jetzt würden wir es auf den nächsten D-D drauf machen. Und dann halt immer wieder im Wechsel, dass das durchgehend die Voraussicht immer auf unseren D-Ds wieder drauf ist. Ansonsten ist das Ganze, wie ihr gesehen habt, relativ simpel. Schwarzsicht dauerhaft immer auf CD. Dann könnt ihr direkt, wenn ihr wollt, mit Zeitdruck reingehen. Könnt dann sofort Emporstoßen machen. Und dann haut ihr hier die Eruption raus, um das Ganze wieder zu verlängern einfach. Ansonsten macht ihr den Atem, fliegt einmal drüber, bekommt damit gleich wieder für eure Schwarzsicht 5 Sekunden gutgeschrieben. Was ihr einfach habt. Und wenn ihr, wie gesagt, wirklich gerade so ein Riesen-Big Pole habt, wo wirklich schnell was fallen muss, dann auf jeden Fall nimmt euren Zeitsprung. Und dann sofort wieder Schwarzsicht wieder rein. Und dann sofort wieder Emporstoßen rein. Eruption rein. Und dann, wie gesagt, mal so eine Smaragd-Blüte rein. Im Traum-Atem, jemanden anscharchen. Ansonsten Feuer-Atem für Damage. Lebende Flamme für Damage rein machen. Smaragd-Blüte den Atem quasi, um einfach nochmal nebenbei Passiv ein bisschen zu heilen. Reinigen. Oder natürlich auch kautorisierte Flamme nutzen, um halt einfach Passiv natürlich auch Effekte mit runterzunehmen. Solltet ihr selber, wie gesagt, Damage bekommen, erneuerte Flamme auf jeden Fall nutzen, um einfach selber davon zu profitieren, dass ihr weniger Damage bekommt. Bei viel Damage ansonsten eure Obsidian-Schuppe einfach nutzen, um dahingegen auch euren eigenen Damage natürlich zu reduzieren. Ansonsten haben wir da nicht viel. Wir sind damit eigentlich relativ gut und simpel hier einfach natürlich aufgestellt. Ja, gehen wir mal weiter und gucken uns jetzt nun mal an, ja, welche Items sollten wir craften, welche Werte sollten wir investieren, um natürlich mit dem Verstärkungs-Evoca gut dazustehen. Ja, fangen wir einfach mal mit den Cropting-Items an, das ist immer so der wichtigste Punkt. Als allererstes wollen wir hier den Weigener Sporenmantel herstellen. Anlegen bei über 70% Gesundheit werdet ihr alle 5 Sekunden um 7186 Gesundheit geheilt. Bei unter 30% Gesundheit dehnt sich eure symbolischen Sporen in eurem Umhang und gewähren euch ein Schild, der 10 Sekunden lang 172.000 Gesundheit absorbiert. Der ist jetzt bei mir Gegenstand Stufe 424, wenn ihr den natürlich auf 447 craftet, ist der wesentlich höher und dementsprechend natürlich auch von der Performance her ein bisschen besser als meiner jetzt. Ja, dann craften wir uns hier die adraktiven Handgelenke nochmal. Schaden zu erleiden, kann eure Vielseitigkeit und euren kritischen Trefferwert um 273 erhöhen. Kritische Heilung oder Heilung zu verursachen, erhöht eure Meisterschaft und euer Tempo um 273. Wie gesagt, je nach Situation passt sich das Ganze hier auf jeden Fall an. Ja, ansonsten packen wir uns hier weiße Hingabe drauf. Wir wollen immer unsere Mainstead erhöhen, denn die Mainstead-Erhöhung sorgt einfach dafür, dass wir mit der Schwarzsicht einfach mehr machen können. Ja, ansonsten seht ihr, wir gehen auf relativ viel Mastery und wir sockeln hier noch Tempo. Da sollte man natürlich, wie gesagt, auch den Mainstead-Sockel reinmachen, um einfach diese Schwarzsicht zu erhöhen. Nun habt ihr hier bei diesem Evoker zwei Möglichkeiten, die ihr euch selber so ein bisschen aussuchen könnt. Mastery solltet ihr auf jeden Fall euch vollpumpen, so viel es erstmal geht. Nun könnt ihr sagen, ihr nehmt Tempo. Mit Tempo habt ihr die weitere Möglichkeit, dass ihr einfach viel schneller eure Schwarzsicht refreshen könnt, dass diese länger aktiv ist. Wenn ihr jetzt aber zum Beispiel sagt, okay, ihr könnt aber auch Masten und ein bisschen mehr Crit spielen, Dammit Crit, sorgt ihr dafür, dass eure Schwarzsicht auch kritisch treffen kann. Was natürlich dafür wieder sorgt, dass hier einfach ein bisschen mehr Dammit rumkommen kann. An sich würde ich hier grundlegend natürlich sagen, erstmal geht auf Tempo Mast, geht auf Meisterschaft und Tempo. Beispielsweise natürlich, umso mehr euer Gear ist erstmal die Mainstead-Erhöhung, das ist das Wichtigste. Dann habt ihr da auf jeden Fall schon mal das Beste. Ansonsten natürlich ganz klar, wir gehen hier auf Rücken und Handgelenke auf jeweils Vermeidung, dass wir dort hingegen schon mal AOE-Flächen-Schaden vermeiden. Wir nehmen erweckte Werte auf die Brustplatte hier einfach mit, um wieder unsere Mainstead zu erhöhen. Hier hingegen nehmen wir dann natürlich Int einfach wieder runter. Das Ganze ist jetzt natürlich noch von dem alten Evoca, da packen wir uns das Frost-Set mit drauf. Wir nehmen Lehmhüter und wir packen uns hier einmal Mastery auf jeden Fall als Verzauberung mit drauf, wie gesagt, um Meisterschaft so viel wie möglich zu erhöhen. Nun gehen wir nochmal weiter und werfen nochmal einen Blick in die Liste rein, welche Schmuckstücke sollten wir denn anlegen, um natürlich bestmöglichst abzuschneiden. So, da sind wir auch schon bei unseren Schmuckstücken angekommen. Wie ihr seht, das Schmuckstück aus den Hallen der Infusion ist einfach unser absoluter Liebling. Das sollten wir einfach mitnehmen, denn es hat einfach grundlegend schon mal Meisterschaft. Meisterschaft, wie gesagt, ist hier unser wichtigster Wert. Und das Ganze natürlich beim Zünden erhöht hier nochmal unseren Mainstead. Mehr Mainstead sorgt einfach dafür, dass wir einfach nochmal mehr Power in die Schwarzsicht haben. Das heißt, wenn wir einen Big Pulver haben und gerade mit Blattlast reingehen, dann sollten wir, wenn wir dieses Schmuckstück haben, das einfach in der Kombination mit unserer Schwarzsicht ziehen, um einfach natürlich den maximalen Pump rauszuholen, damit alle DDs hier einfach ordentlich durchstarten können. Ansonsten ganz klar, die ominöse Essenz vom dritten Boss ist natürlich sehr stark. Wir können hier auch wieder an den Schrein gehen, können hier wieder Meisterschaft auswählen. Ist natürlich enorm nice, das wollen wir natürlich haben. Ansonsten können wir hier natürlich auch, wie wir schon beim Thema Crit ja auch schon waren, damit unsere Schwarzsicht einfach kritisch trifft. Einfach natürlich das Klassentwinket nehmen ist alternativ hier auch eine sehr gute Wahl. Ihr seht, es ist noch im 29er Key immer noch im Gebrauch. Und bis man da oben ankommt, ist es ein langer, langer steiniger Weg, wenn man gerade anfängt. Ja, dann haben wir hier ein Schmuckstück, das müsste aus dem neuen Mega Dungeon sein. Kann man auch immer noch gut spielen. Dann haben wir hier auf jeden Fall nochmal ein Mastery plus natürlich ein Damage Pump, den wir im Single Target nutzen können ganz gut. Das ist das Beacon vom Endboss. Mehr Meisterschaft ist einfach für uns das Beste, was wir kriegen können. Aber weil einfach dadurch, dass die ominöse Essenz und hier einfach natürlich A, mehr Meisterschaft gibt und B, einfach mehr andere sekundäre Stats gibt. Sofern natürlich andere Mitspieler ebenfalls von dieser Essenz tragen. Das heißt, wir bekommen nochmal einen Bruchteil des Wertes, wenn andere ebenfalls von dieser Essenz dabei sind. Hoffen wir natürlich immer, dass wir ein paar Mitspieler haben, die diese Essenz auf jeden Fall tragen. Ja, da sind wir auch eigentlich schon am Ende von unserem geliebten Evoker angekommen. Mehr ist das Ganze gar nicht. Relativ einfach, relativ simpel. Ihr habt es gesehen. Probiert euch aus. Ihr könnt mit dem Evoker sehr schnell in Kies kommen. Wenn ihr jetzt schon einen grundlegenden alten Evoker hattet, der vielleicht schon ein bisschen Grundgear hat, kommt ihr relativ schnell auch in Kies rein. Da reicht teilweise wirklich ein Gear von 400 und ein bisschen, keine Ahnung, vielleicht 900 Rio. So, und ihr könnt halt schon die ersten 15er, 18er, 20er Kies laufen. Ich habe es erst heute auch erlebt, als wir mal ein bisschen geguckt haben. Da sind halt echt Evoker drin gewesen. Die haben einfach mal, wenn man das überlegt, so 430, 435 Gear gehabt, hat einen 1700er Rio und haben einfach einen Brackenfell, müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen, von 25 einfach mal getimed. Mit den wenigsten Klassen kommt man einfach aktuell mit so wenig Rio rein. Wenn ihr dann am besten natürlich noch den Endboss griten geht und die Legendary Waffe bekommt, dann seid ihr natürlich als Evoker einfach das Non-Plus-Ultra, was aktuell natürlich geht. Ja, ansonsten, zu guter Letzt noch, was sollten wir an Consibils mitnehmen? Also an Food, was sollen wir da natürlich mitnehmen? Ganz klar würde ich mir hier natürlich jetzt die Sumrunde nehmen. Das müsste die, wie heißt es, ich muss noch mal gucken, aber da müssen wir mal gucken, da gibt es diese Rune, weil ich habe sonst den Evoker als Heiler gespielt, da war Crit, unser Mainstead. Da müssen wir einmal die andere Rune mit Meisterschaft natürlich mitnehmen. Ist sehr wichtig, damit wir unsere Mastery natürlich noch einmal erhöhen. Das wollen wir natürlich, alternativ sollten wir hier auch noch mal eine Rune mitnehmen. Ne, sind noch mal zusätzlich erhöhtes hier einfach, wenn wir das Ganze nehmen, haben wir hier noch mal einfach noch mal unseren Mainstead um 18 erhöht. Mehr Mainstead, wie gesagt, sorgt einfach dafür, dass unsere Schwarzsicht ein bisschen mehr pumpt. Ne, dann können wir auf jeden Fall, sollten wir dann auch noch einen Glückskeks mitnehmen. Habe ich jetzt, glaube ich, gerade gar keine dabei. Ne, habe ich nicht. Die Glückskekse auf jeden Fall mitnehmen, die geben uns hier auch noch mal zusätzlich Mainstead. Ist ganz wichtig. Dann haben wir hier auf jeden Fall die Flas mit Crit, sollten wir mitnehmen. Die sorgt nämlich zwar dafür, dass wir mehr Crit haben. Damit wiederum sorgen wir auch dafür, dass, wie gesagt, unsere Schwarzsicht mehr Crit ein Nachteil in der Flas ist. Aber sie sorgt dafür auch, dass wir zusätzlich, während wir spielen, einfach Schaden bekommen. Daher ist dieser Rücken hier einfach sehr praktisch, da er uns einfach über 70% Gesundheit passiv einfach heilt und wir nicht so von dem Nachteil der kritischen Trefferflast uns Sorgen machen müssen. Ansonsten brauchen wir eigentlich, wie gesagt, wirklich gar nicht mehr nehmen. Das waren so die wichtigen Sachen. Wir können uns hier natürlich noch eine Heal Potion mit einpacken, einen Heiltrank, um einfach natürlich die wichtigsten Sachen abzudecken. Ansonsten war es das einfach. Mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Ihr habt einfach jetzt gesehen, das Ganze ist eigentlich relativ einfach und eigentlich auch relativ simpel. Wenn ihr noch weitere Fragen haben solltet, schreibt diese jederzeit gerne unten in die Kommentare. Dann werde ich mich natürlich so schnell wie möglich um die Fragen kümmern. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne auf Twitch unter Brocken88 vorbeikommen. Der Link befindet sich auch in der Videobeschreibung. Wir haben jetzt zwar die ganze Woche Krieger gepusht, wollen jetzt aber mal, ja, ab Dienstagmorgen mal rein starten und mit dem Evoker auch mal ein bisschen durch starten. Einfach mal gucken, wie hoch war jetzt die Woche mal kommen mit ihm. Ich gehe aber mal davon aus, dass wir bestimmt die ersten 21er Keys, vielleicht auch 22er Keys timen können. Ohne große Probleme, da wir ja, wie gesagt, nur ein Supporter sind, selber kein Damage groß machen müssen. Heißt, wir müssen einfach nur starke WDs haben, guten Tank, guten Heiler haben und bringen einfach unseren Buff hier einfach mit. Und dann geht das Ganze auch am Pumpen. Ansonsten, wenn das Video euch gefallen hat, es euch weitergeholfen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, denn weiß ich das, denn Support ist kein Mord und jedes Däumchen ist ein Schäumchen. Und bringt diesen Kanal hier natürlich voran. Ansonsten, bleibt alle gesund, bleibt alle munter. Wenn ihr nichts mehr rund um das Thema World of Warcraft, Tipps, Tricks, Guides und Informationsvideos verpassen möchtet, dann könnt ihr oben rechts jederzeit gerne auf ein kostenloses Abo draufdrücken. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, wie gesagt, bleibt gesund, bleibt munter. Ich bin raus, euer Brocken.